Ich habe den Vortrag jetzt eigentlich ein bisschen angelehnt an redaktionelle Mitarbeiter, ein bisschen SEO ist drin und würde jetzt vorab gerne einfacher mal wissen, wen habe ich eigentlich vor mir? Ich denke mal, es sind viele Agenturen oder? Wer ist Redaktion? Sind auch ein paar? Das war dann so die Frage von meinem Vorgänger und was macht der Rest? Das sind dann wahrscheinlich eigene, also habt ihr dann eigene, wer ist mit einer eigenen Website hier und okay, die sind es, alles klar. Gut, aber die interessiert es dann wahrscheinlich oder geht es dann ja sicherlich auch was an. Content fürs Web ist im Moment so seit ein paar Jahren ein ziemlich gehypter Begriff, die ganze SEO-Welt spricht darüber, weil SEO sich immer weiter weg bewegt von Technik und immerhin hin zu dem holistischen Ansatz, also diesem ganzheitlichen Ansatz, was so eine Website angeht. Ja und das würde ich euch heute gerne mal vorstellen. Wenn irgendjemand Fragen hat zwischendurch einfach melden, ich kriege es hoffentlich mit und ansonsten einfach rüberbrillen, dann werde ich auf jeden Fall aufmerksam. Ich selber bin, in der dritten Zeile dürft ihr alle lächeln, SEO-Liebhaber, habe also mich in das Thema ziemlich intensiv in der Zwischenzeit eingearbeitet und finde das sehr, sehr spannend. Der Teil der Überwachung ist für mich der allerspannendste. Die Kurven angucken und dann einfach mal sehen, wie sich was entwickelt und vor allen Dingen auch warum. Ich schreibe auch gerne Beiträge, bin in der vorletzten Website-Boosting mit drin gewesen und ansonsten redaktionelle Beiträge, die ich an anderer Stelle veröffentliche. Und Joomla Enthusiast, ich habe vor drei Jahren jetzt mit Joomla angefangen und das ist einfach jetzt mein Content-Management-System. Hier bin ich, weil der Stefan Krämer mich eingeladen hat und gefragt hat, möchtest du nicht was machen? Dann habe ich gesagt, gut, können wir gerne und nachdem wir uns eigentlich auch alle mögen, so unterhalb dieser oder innerhalb dieser CMS-Community ist das für mich kein Problem und mit WordPress macht man ja auch das ein oder andere und ich hoffe, dass ich deswegen nicht gleich hier abgestraft werde. Die Farben meiner Folien sind Rot und Anthrazit, das hat überhaupt nichts zu sagen, ich fand es einfach nur schön. Content. Content fürs Web ist eine Sache, mit dem jeder zu tun hat, der eine Website baut, der sich irgendwo im Web präsentiert und da gehört eben nicht nur der geschriebene Beitrag dazu, da gehört sehr wohl auch viel mehr dazu, da gehört das Video dazu, da gehören Bilder dazu und selbst die Meta-Tags werden auch als Content gesehen. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt nur von der Webseite sprechen, sondern der Content, den präsentieren wir ja auch auf verschiedenen Plattformen und ich habe jetzt hier wirklich nur ein paar rausgegriffen, da gibt es ja hunderttausende und unendlich viel mehr. Die Website ist sicherlich das, was wir alle am intensivsten pflegen sollten, weil das ist das, was wir im Griff haben und diese ganzen Social Media Kanäle, die können Beiwerk sein, die können gut sein, die können vom Marketingansatz auch ganz wichtig sein, aber die eigene Webseite ist eigentlich immer das, was wir auf jeden Fall am meisten betrachten sollten. Wozu Content? Jetzt gibt es verschiedene Ansätze, wenn man sich so überlegt, ich mache jetzt was im Web, ich mache was für das Web, dann gibt es den Ansatz, ich mache das nur für mich, weil ich so toll bin, ich habe eine ganz tolle Mission und alles ist schön und ich schreibe so gerne und das ist bitte niemals der Ansatz, warum man sich um Content kümmern sollte. Wer das tut, der soll seinen eigenen Blog schreiben, nur für sich, ganz allein in seinem Kälmerlein, wenn er keine anderen Ziele hat, ist das nicht mein Ansprache-Publikum heute. Ich denke, wir sollten uns darum kümmern, dass wir Ziele haben, dass wir genau wissen, was wir erreichen wollen und das können eben verschiedene Ansätze sein, das heißt, ich möchte einen neuen Kunden gewinnen oder nicht einen, sondern nach Möglichkeit viele. Ich will ein Produkt verkaufen, ich will Schulungen, Seminare verkaufen, ich möchte also einfach eine Mission haben, die man wirklich für sich auch ganz klar fassen kann. Und dann ist Content der Weg, wie man das ausnutzen kann, dass man seine Ideen auch weiter bringt. Das ist im Grunde nochmal zusammengefasst das, was ich gerade gesagt habe. Es muss auf jeden Fall zielgerichtet sein, es muss umfassend sein, es muss recherchiert sein, verständlich und gut lesbar. Gut lesbar ist ein ganz schwammiger Begriff, den kann man auch nicht wirklich technisch packen. Gut lesbar hat interessanterweise auch Google nicht mit drin als, oder andersrum, eine Suchmaschine kann guten oder schlechten, schlecht geschriebenen Inhalt nicht erkennen. Nur ich finde es immer ganz wichtig, wenn ich was vermitteln will, dann sollte man das auch ausdrücken können. Ja? Wenn du sagst, Google kann gut und schlechten Content nicht unterschreiben, ich sehe das anders. Richtig, ist das falsch. Wenn du die Frage sehen, wie definierst du guten Content? Ja, gleich. Also die Frage, was ist guter Content, was ist schlechter Content, kann Google guten Content sehen? Klar. Also wenn wir jetzt wirklich auf Google gehen, Google kann guten Content sehen und Google ist selbstverständlich. Da geht es nur um die Schreiberei. Gerne lesen oder was habe ich genau, gern gelesen, da geht es um den Sprachfluss und was der Sprachfluss ausmacht. Ich weiß nicht, ob du mal so richtige Blogger gelesen hast, die irgendwie ihre 30.000 Follower haben, die sämtliche Artikel lesen. Das sind Sätze, die kann ich persönlich nicht lesen. Ich will die auch gar nicht lesen. Die haben einen Schreibstil und ein Deutsch. Gruselig, grausam. Google, ja, aber aufgrund anderer Kriterien. Das ist nicht der Schreibstil. Gut, aber da müssen wir uns auch nicht, denke ich, jetzt daran festbeißen. Das ist meine persönliche Mission, Leute, schreibt anständig. Ansonsten, der Rest ist tatsächlich aber was, was auch gewertet wird. Und da gebe ich dir völlig recht, Google weiß genau, ob der Text inhaltlich gut ist oder ob der inhaltlich Mist ist. Genau, und das ist nämlich genau der Punkt. Zwei Seelen schlagen auch in meiner Brust. Gleich. Ich habe immer so dieses, schreibe ich jetzt die Beiträge für den Besucher der Seite? Oder muss ich denn irgendwie Suchmaschinen optimieren? Wo, an welcher Ecke greife ich an? Du wolltest noch was fragen? Ja, nein. Ich habe die Frage gerade eben sehr gut. Was gibt da, wenn sie doch bei Gästen dazu das erkennt, ob die Texte für die Suchmaschinen besteht, wenn sie so hier noch nicht beginnt. Oder, da gibt es nicht, wenn man sagt, in erster Linie weiß ein Webseiten und Content für Menschen gemacht. Da ist die Frage, ab welcher Kiefer sich denn ist ein Text für Suchmaschinen gemacht und wo sieht man die Grenzen? Darf ich die Frage zurückstellen? Das kommt gleich noch? Also, die Frage war, wie ist die Keyword-Dichte anzulegen? Und wie gesagt, die Frage beantworte ich gleich und ich hoffe, du darfst lächeln. Gut, aber grundsätzlich ist das eben aber auch genau der Punkt, für wen schreibe ich eigentlich? Schreibe ich für einen Besucher? Schreibe ich für eine Suchmaschine? Und im Grunde kann man das genau zusammenpacken. Es gibt nicht mehr den Schreiber, der für die Suchmaschine schreibt und es gibt nicht mehr den Schreiber, der nur noch für seine Besucher schreibt. Sondern im Grunde ist es in der Zwischenzeit so, dass die Suchmaschine den Content besonders bewertet und besonders gerne hat, der eben dem Suchenden genau die Frage beantwortet. Die Suchmaschine ist in der Zwischenzeit, wir haben seit September 2015 eine künstliche Intelligenz bei Google drin, die gefüttert wurde in den Jahren vorher mit eben den Suchanfragen. und die ist in der Zwischenzeit sehr wohl in der Lage, da verschiedene Gewichtungen reinzubringen, die den Inhalt sehr gut auseinander nimmt und sehr wohl weiß, was der Nutzer da eben für Erfahrungen mitmacht. Kenngrößen für Google. Wir haben bei Google 95% der Suchanfragen des deutschen Nutzers. Also das ist eine Statistik von den deutschen Website-Besuchern, das ist die Zahl für Januar 2016. Ist sogar leicht rückläufig, wir hatten bis zu 98% Suchanfragen bei Google, wobei das jetzt nur die Suchanfragen sind, die tatsächlich auch wirklich über die Suchmaschinen laufen. Das heißt, da reden wir von Google, von Bing, von Yahoo. Die Telekom ist da interessanterweise einzeln genannt, wobei die auch über Google letztendlich sucht und davon ist einfach ein Riesenanteil bei Google. Dementsprechend, wenn wir Suchmaschinen optimieren und wenn wir uns überlegen, wo gehört unser Content hin und wie gehört unser Content, dann reden wir auch durchaus von der Suchmaschine Google, wir wollen da gefunden werden. Und die Ranking-Faktoren, also das, was für Google wichtig ist, hat der John Müller, das ist ein Webmaster-Experte bei Google in der Schweiz, der eigentlich so immer die Kommunikation mit der Community hält, sehr deutlich formuliert und das ist Content und Links. Das heißt, wer guten Content produziert und wer gesehen wird, ist im Ranking erst einmal bevorzugt. Das sind die zwei Ersten, die aber nicht irgendeine Wertung haben, sondern das ist gleichwertig Content und Links. Und das nächste ist RankBrain, wobei RankBrain, das ist eben diese künstliche Intelligenz, die ist nicht wirklich zu fassen, da kommen dann irgendwie ganz viele Ranking-Faktoren zusammen, die man auseinandernehmen muss, die auch durchaus unterschiedlich bewertet werden, aber da muss man einfach dann ein bisschen tiefer gehen. Content und Links, wer da eine saubere Strategie fährt, hat schon mal wirklich gute Karten. Und was Google auf jeden Fall noch gerne hat, ist, wenn die Leute auf der Seite bleiben und wenn sie mit der Seite arbeiten, das heißt, die Nutzererfahrung ist für Google eine heilige Kuh, die predigen das auch wirklich, wenn man sich an den Webmaster-Blog mal hängt oder wenn man einfach mal irgendwo sich da so die Streams anguckt, was Google da so erzählt, dann ist das eigentlich immer so, macht die Seite für eure Nutzer. Gut, und wie fangen wir damit an und wie machen wir das? Wie liefern wir tatsächlich guten Content? Und da habe ich jetzt mal allgemeine Regeln zusammengefasst, das ist jetzt auf den grauen Folien das, was ich denke, was so inhaltlich, menschlich funktioniert und dann habe ich noch ein paar hinterher, die dann tatsächlich auch ein bisschen technisch noch sind. Ganz, 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 ja, bitte. Die kommen online, ja. Also, wenn die Herren hier das so geregelt haben, aber ich gehe mal davon aus. Okay. Ja, das ist kein Problem, die sind schon online, also die sind auf dem Google Drive und ich kann dir gerne, wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst, kann ich dir auch, wer immer mir seine E-Mail-Adresse geben möchte, kann ich die dann nachträglich gerne freigeben oder den Link verschicken. Kenne deine User. Das ist eine eigentliche Selbstverständlichkeit, wo viele Leute aber gar keinen Gedanken verschwenden, weil sie viel zu sehr in der Ich-Denke sind. Wer Content produziert, wer nach außen präsentiert, muss auf jeden Fall den Menschen kennen, an den er sich richtet. Und dieser Mensch, der auf der Gegenseite steht, der hat ein ganz anderes Bedürfnis unter Umständen als ich selber. Und dann muss ich einfach gucken, dass ich den abfange. Versetze dich in die Lage deines Nutzers, überleg dir, was er will und du kannst niemanden erreichen, wenn du nicht weißt, wer ist und was er für Bedürfnisse hat. Eine Sache, die oft unterschätzt wird, wer einmal auf deiner Seite war und festgestellt hat, das ist spannend, der kommt auch gerne wieder und der will auch gerne nochmal was von dir hören. Fang den ein. Der ist da und das ist einfach schon ein Wert, den habt ihr in der Hand. Das ist auch wieder ein Anliegen, was ich habe, was ich gerne sehen würde, das ein bisschen sauberer recherchiert würde. Manchmal kommt ganz viel Interessantes auch hoch, was dann ganz interessant ist, wenn man es nochmal nachliest. Recherchiert anständig und schaut, dass es belegbar ist. Das ist interessanterweise auch was, was bei Google mitgetrackt wird, weil da einfach Verlinkungen und so weiter ganz wichtig sind und Google weiß relativ klar, was richtig und was falsch ist. Macht es vollständig, da kommt gleich nochmal was dazu. Ein Thema ist nicht abgearbeitet, wenn ich es angerissen habe. Ich kann ein Thema anreißen, klar, und kann dem Nutzer überlassen, sich selber dann Gedanken darum zu machen. Es kommt immer darauf an, wie ist die Intention, was will ich. Wenn ich aber zu einem Thema was schreibe, dann macht es bitte so, dass das Thema abgearbeitet ist. Klar kann man Facetten auslassen, man kann in die Tiefe dann irgendwie noch die Freiheit lassen, aber sollte zumindest umfassend betrachtet sein. Wer einen Blog hat, weiß das und wer einen Blog hat, kommt auch an dem Redaktionsplan in der Regel nicht vorbei, es sei denn, er ist ein Naturtalent. Ein Redaktionsplan oder überhaupt einen Plan, was ich aufstellen möchte, was ich schreiben möchte, ist in der Regel das beste Werkzeug dazu, um auch wirklich fertig zu werden. Ansonsten hat man oft mal das Problem, okay, ich habe eine gute Idee, ich weiß aber nicht, wo ich anfangen kann. Das hat man die erste Woche, das hat man die zweite Woche, das hat man die dritte Woche und spätestens in der vierten Woche, wenn das Ding längst online sein sollte, ist man dann irgendwie so verzweifelt, dass man irgendwas zusammenhaut. Macht euch einen Plan, strukturiert das, geht es wesentlich einfacher. Und das Letzte ist, nicht bemüht, sondern ehrlich. Das heißt, jeder hat so seine Sprache, die ihm gegeben ist. Und auch wenn ich diese Massenblogger ungerne lese, die haben ihre eigene Sprache, die haben ihr Auditorium, die haben ihre Berechtigung und die schreiben, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und genau das dürfen wir auch, wir können alle so schreiben, wie wir wollen. Der Nutzer, der uns liest, ist dann nämlich an unsere Sprache gewöhnt. Das ist auch in Firmen ganz, ganz wichtig, dass die redaktionellen Einheiten nicht immer von 100.000 Leuten geschrieben werden, sondern dass sie nach Möglichkeit immer in einer Richtung bleiben und dass da eine Kommunikationsbasis einfach aufgebaut wird mit dem Kunden. Und genau, das ist so dieses Storytelling, was auch überall rum geistert. Ein guter Plot darf da sein, wir dürfen spannend schreiben, wir müssen auch Fachartikel, auch wenn die wissenschaftlich sind, nicht in einer bierernsten Umgebung schreiben und einfach nur reine Sachtexte und hintereinander weg. Da gibt es übrigens ein nettes Tool dafür. Ich weiß nicht, kennt jemand den Blablameter? Das ist für mich ein tolles Tool, das ist simpel, das ist ähnlich wie Google, hat einfach nur eine Zeile und da kann man dann was eingeben. ein Text und dieser Text wird dann untersucht, ich weiß gar nicht, wie die Skala genau ist, aber man kann dann eben einschätzen, ob das jetzt ein Text ist, der ist wissenschaftlich gut belegt oder wird aufgrund der Schreibe, wird einfach geguckt, ist der wissenschaftlich gut, ist der so gerade eben als Marketingtext noch erträglich und man kriegt auch unter Umständen mal die Aussage, also das ist jetzt irgendwie der völlige Schmarrn, sehr nett, blablameter.de, könnt ihr mal nachgucken, ist ganz lustig. Mit H oder ohne H? Blabla. Mit H oder ohne H? Blabla. Wie das Blabla. Wie das Blabla. Genau. B-L-A-B-L-A. Meta.de. War da noch eine Frage? Nein. Ganz wichtig, wird oft vergessen, ich schreibe einen Text, der ist fertig und ich habe weder ein Fazit drunter, ich habe keine Idee, wie der Nutzer jetzt weitermachen kann, das ist einfach nur ein Text und der ist fertig. Gebt dem Nutzer was mit. Gebt ihm einfach was mit, was er hinterher noch draus machen kann. Ihr habt eine Mission mit dem Text, ihr wollt was erreichen, macht euch vorher klar was und dann könnt ihr auch ihm noch eine Handlungsaufforderung, natürlich das Beste, er kauft euer Produkt, meldet sich für den Newsletter an, was auch immer, aber er sollte danach noch was tun wollen. Und dann kommt immer die Frage nach den Beitragslängen. Wie lang soll denn ein Beitrag nun sein? Und das ist so einfach leider nicht zu beantworten. Ein Beitrag kann mal 300 Worte umfassen, das ist aber wirklich dann eine Untergrenze. Er kann aber auch mal 2000 Worte lang sein. Das kommt darauf an, was ihr schreiben wollt. Wenn ich eine Zusammenfassung mache, das hätte ich jetzt irgendwie ein bisschen besser vorbereiten sollen. Die Beschreibung der T-Shirts von jetzt im WordCamp, das ist in 300 Worten locker abgehandelt. Aber wenn ich jetzt das WordCamp an sich beschreiben möchte, dann werde ich da mit 300 Worten einfach nicht hinkommen. Das ist unmöglich. Und um einen gewissen Überblick zu bekommen, kann es eben sein, dass man dann auch mal wirklich lange Texte hat. Das Schwierige ist natürlich, wie halte ich den Nutzer bei der Stange? Wie kriege ich das hin, dass der nicht nur die Überschrift liest, sondern alles durchgeht? Und da ist eine Meldung. Also ich sage immer den Leuten, wenn sie halt irgendwie ein Bedürfnis haben, wenige aus Füchtern Texte zu schreiben. Aber das ist ja immer so ein Ansatz, dass man halt da eben kurz einleitend Platz gemacht hat, während das Interesse geweckt hat, sich mit der DDR-Kommunikation an oder aus Füchtern von der Produktion gestanden. Wie sich der Betrachterin auf jeden Fall ausdrucken kann oder auf Kettenrichter achten kann. Weil ich glaube nicht, dass die meisten Lust haben, ellenlange Texte auf der Seite runter zu scrollen. Auf Monitoren die wenigsten lesen. Und wir gehen alle Richtung Mobile. Lesen so, diagonal. Und deswegen war bisher immer so der Ansatz, dass ich halt in meinen Augen gesagt habe, wenn irgendwas hat, was für mich bedarf. Ja, für die Aufnahme wiederhole ich es einfach nochmal. Der Hinweis eben, dass man Text tatsächlich splitten kann. Den Anriss als Text auf die Website und ein PDF zum Runterladen dann eben nochmal einstellen ist für die Suchmaschine lesbar, ist eine wunderbare Geschichte. Funktioniert bei wirklich überlangen Texten auch sehr, sehr gut. Und es stimmt, der Nutzer hat, was seine Leseart angeht, ist der fürchterlich. Das ist ganz grausam. Es werden hauptsächlich Überschriften gelesen und den Text, der dann in den einzelnen Absätzen steht, der wird mal gescannt. Es ist tatsächlich schwierig, einem Nutzer beizubringen, dass er bitte lesen soll. Darum ist auch eine ganz wichtige Sache, dass mit den Überschriften, dass die strukturiert sind, das kommt gleich noch. Ist das soweit, das sind so Sachen, die man einfach als Best Practice für den Content hat und dann gibt es noch ein paar allgemeine Regeln, die dann auch tatsächlich auf das Ranking nochmal Einfluss haben. Meta-Keywords, ich liebe sie. Also, ist irgendjemand noch der Überzeugung, Keywords setzen zu müssen? Nein. 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 Okay, warum? Warum nicht? Es schadet ja nicht. Okay. Also, ich betreide kein Keyword-Stuffing, aber gezielt eingesetzte Keywords, selbst wenn es nur für Bing oder für irgendwelche komischen Suchmaschinen, gerade im Podcasting-Bereich, weiß ich nicht, wie die Einführung des Handhabers das weiß noch niemand. Ich glaube, drei, fünf gezielt gesetzte Keywords schaden mich. Also, ich würde auch kein Keyword-Stuffing geben. Wir sprechen jetzt nicht über Keywords im Sinne von Text, also von einzelnen Worten im Text, sondern wir... Meta-Text. iTunes, weiß ich nicht, was iTunes treibt, da mag es, aber es ist unwahrscheinlich. Google, nein. Und das ist also, ja, man kann die setzen, das ist überhaupt keine Frage. Und es hat ein Journalist mir mal gesagt, ja, klar, er setzt die immer, weil er dann weiß, was er in dem Text erreichen wollte für sich. Super Sache. Weil er dann einfach für sich nochmal ganz klar ist, okay, da habe ich einfach zu jedem Text habe ich meine Keywords gesetzt, ich weiß, was ich da will. Die Konkurrenz weiß das auch, weil die kann man ganz einfach auslesen, das ist kein Voodoo. Google will es nicht. Google ignoriert es. Es ist kein Abrenken, aber es ist einfach eine fällige Ignoranz. Das hilft uns nicht. Und jetzt kommen wir dann zu dem Thema Keyword-Dichte und Keyword-Stuffing. Da ist es das Gleiche, aber das ist sogar eine Spur heftiger, weil Google will es gar nicht. Und was Google gar nicht will, da gibt es einen auf die Finger. Also das wird tatsächlich downgerankt, wenn man zu viele Keywords reinpackt. Warum Texte sauber schreiben? Ja. Und wenn du, es ist ein schwer diskutiertes Tool. Wdf-IDF-Analyse sagt einem was? Könnt ihr auch mal googeln, es gibt von OnPage.org ein Tool, das nennt sich Wdf-IDF-Tool. Da kann man eine Vergleichsseite eingeben und ein Keyword und dann wird einem aufgezeigt, welche Worte zu diesem Keyword und zu einer bestimmten Seite eigentlich im Text auftauchen müssten. Und es gibt gleichzeitig dazu auch ein Diagramm, welche Worte zu viel, zu wenig auftauchen. Also da kann man so ein bisschen den Text auch angleichen. Das Tool ist extrem, ich habe es gesehen, das Tool ist extrem in der Diskussion im Moment. Also es ist auch so eins dieser Tools, wo man nicht weiß, ob das noch lange Bestand hat. Aber im Moment ist es noch und zur Orientierung für eigene Inhalte ist es sicherlich auch noch eine gute Sache. Und Google ist grausam. Google weiß, dass Ticket und Eintrittskarte das zu tun. Also das gleiche ist? Nein, 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 nicht zwangsläufig. Also wenn du jetzt wirklich das intensiv betreibst und reinschreibst, wie es nicht besser geht und jeder Satz hat mindestens einmal das, wäre es heftig, wenn du einfach runterschreibst und schon darauf achten. Das ist immer gut, darauf zu achten, dass alle Worte auch drin sind, das ist nie verkehrt. Es ist aber eine natürliche Sprache, es muss eine natürliche Sprache bleiben und es muss nicht auf den ersten Blick so aussehen als, ach ja, Ticket, klar. Und dann ist das völlig in Ordnung. War da noch was? WDF, IDF, Word, Density, irgendwas und IDF, genau. Hast du es im Kopf, was es genau heißt? Ja, Frequency, genau. Und IDF? Word, Density, Frequency und ja, wurscht, aber WDF, IDF. Okay, da war noch irgendjemand. Kann Google. Lexikon, Lexika. Kann Google. Kann Google. Ja, und Google ist mehrsprachenfähig. Da kann ich jetzt zehn Leute fragen und bekommen zehn verschiedene Teilungen. Lexikons würde Google wahrscheinlich auch erkennen. Ja. Ich hatte mit der Suchmaschinenagentur telefoniert und die haben gesagt, also für uns geht es nun um das Thema, wo weiße Bearbeitungen. Ja. Die Frage, Gehäusebearbeitung steckt in Gehäusebearbeitungen drin, das heißt, da kann man das schon. Aber Google kann erscheinend nicht, das war die Aussage von den Technikern, dass Google nicht kann, Lexikon, Lexikon oder Atlas unter Land ist jetzt quasi die Frage. Da hänge ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Bin ich überzeugt davon, dass das unproblematisch ist. Klar, wenn es diese Automatismen sind, aber Google ist nicht immer und ausschließlich künstliche Intelligenz. Google hat auch ganz viele Mitarbeiter, die sich täglich darum kümmern, mit menschlichem Auge auf die Sachen zu gucken und dann kommt da auch sowas wie Lexikon und Lexika, was ja im Deutschen einfach wirklich drin ist und was man ja im Sprachgebrauch hat. Dann kommt sowas auch rein. Und was ist mit diesen Phänomenen, zum Beispiel Steuerungs-, Minus- und Regelungstechnik? Würde ich da nicht beides ausschauen? Oder kann das Google auch? Das kann Google nicht. Nein, das kann Google tatsächlich nicht. Das habe ich gerade erst gehabt und das ist ganz fürchterlich, das irgendwie Google klar zu machen. Und was kann Google nicht? Steuerungs- und Regelungstechnik. Steuerungs-, Minus-, also wenn das Steuerungstechnik sein soll. Die Steuerungstechnik kann Google nicht aus Steuerungs-, Minus- und Regelungstechnik herauslesen. War da noch eine Meldung oder war da keine Meldung? Ja. Google ist ja auch nicht blöd mit den Keywords. Wenn du einen Text schreibst, Google analysiert ja den Text. Und die Merkungen, die Suchmaschine merkt sehr schnell aus welchem Keyword oder was zu sagen ist, wenn du einen Text schreibst. Ich habe jetzt gelesen, dass man maximal so sechzigmal das Keyword zu machen sollte. Egal in welcher Flurage oder noch mit Unonym. In welcher, also wie oft das Keyword nutzen, da kommt es ja auch darauf an, wie lang ist der Text? Was hast du an Inhalt? Und es gibt immer die Möglichkeit oder es gibt immer die Notwendigkeit, dass du vielleicht auch mal intensiver ein Wort nimmst. Mach dich frei davon. Entspann dich, mach dich frei davon. Du hattest eben schon mal, ne? Dich gemeldet, oder? Bitte? Nö. Wenn du Text schreiben möchtest, wie weit definieren deine Wortworte um das Thema so? Intensiv. Ja, naja, du musst ja wissen, was es sich dreht. Du machst ja eine Struktur, du hast ja einen Ablaufplan, was du schreiben willst. Und dann sind auch... Keywords an sich sind nicht böse. Jeder muss ja wissen, was es sich dreht im Text und was er schreiben will. Klar. Aber... Und da kommst du... Richtig, das ist genau der Punkt. Und da kommst du dann aber in eine ganz andere... Das ist dann Content-Strategie. Da kommst du dann auf das eine Thema, was du beleuchtest. Ist abgeschlossen in sich. Und die RAM-Themen, die du dazu hast, die werden dann in einzelnen Beiträgen wiedergefasst. Und in dem Moment hast du nämlich genau diese wunderbare Verlinkung, wo wir jetzt auch gleich noch drauf kommen. Die Frau Rowling hat den Harry Potter auch nicht nur einfach so runtergeschrieben. Die hat aller Wahrscheinlichkeit... Bitte? Ja. Habe ich deine Frage überhaupt richtig verstanden? Ja. Wenn ich jetzt einen Text habe, ich sage jetzt, ich habe jetzt Drenzahl, ich muss mich von jetzt fünf. Ja. Ich habe fünf Themen plus jeweils sechs Unterthemen. Mhm. Und wie würdest du mit beginnen, wenn ich... Wer kann ich aber auch drinnen? Und deine erste Beziehung, wie ich die medizinische Kultur in der Arbeit und wie viele Kunden zu lösen kann. Okay, du hast fünf Hauptthemen. Ja. Und jeweils sechs Unterthemen. Dann würde ich hergehen, würde diese fünf Hauptthemen erst mal parallel entwickeln. und klar den Fokus auch auf die Unterthemen legen, die aber im Hauptartikel eben maximal anreißen, also mit einem Satz oder mit zwei. Und dann kommen die Unterthemen... Also ich nehme mal an, dass man zuerst die Hauptbeiträge schafft und dann irgendwann die Unterbeiträge dazu packt und die dann eben Stück für Stück mitentwickeln und dann werden die aus dem Hauptartikel eben verlinkt in den Unterartikel. Ja. Lässt dich von der Konkurrenz inspirieren und die auch nicht überbringen? Selbstverständlich lasse ich mich von der Konkurrenz inspirieren. Das ist... Wir wären doch alle naiv, wenn wir denken würden, dass die Konkurrenz das nicht macht. Also ja, die schläft in der Regel nicht so wirklich. Kannst du nochmal... Entschuldigung, Entschuldigung. Was? Ja, ja. Das? Okay. Vielen Dank. Bleibe offensichtlich. Herr Dr. Die Stelle... Teschonne. Die Kategorieübersicht hat ja nur die andere, das sind ja nie die gesamten Beiträge. Es geht jetzt im Moment darum, dass Content, also doppelter Content, Content ist immer so das ganz böse, schlimme Wort, den kann man aber vermeiden, indem man bestimmte URLs einfach nicht mit in den Index aufnimmt oder solche Sachen. Du hast alle im Index drin und hast faktisch definitiv Duplicate Content. Okay, ich nehme an, da gibt es eine Wortmeldung. Und die Produkte. Und die Produkte. Unter Tonschuhl und Schuhliste, damit es sich nur bei der Vergebung bestimmte Übersichtsseiten, von denen ja nützlich in der Kategorie, das man ja auch im Index macht. Da gibt es die Artikel, also zum Beispiel in der Schuh, die unter drei verschiedenen Analogien auch im Index sind. Das kann Probleme geben, die sich da nicht verschwenden oder nicht verschwenden. Aber dann normal doch, ich denke mal, wenn man kommt, dass ich mehr in der Kategorie bin, dann auch da kann man das nicht einweilen. Das sind ja zwei in der Robots-TX-Serie, werden ja zwei Werte angegeben, beziehungsweise zu jeder Seite kann man die ja angeben. Das ist einmal, ob es indiziert werden soll oder nicht und zum anderen, ob dieses Dokument, dieses HTML-Dokument, was ausgeliefert wird, verfolgt werden soll. Das ist Nofollow oder Follow. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, also die Links und die Indizierung sind nicht tatsächlich. Die Dame schüttelt aus Erfahrung den Kopf vor dir, direkt vor dir. Aus Erfahrung den Kopf. Es ist eigentlich gute Praxis, diese Seiten dann rauszunehmen. Also ich, rauszunehmen aus dem Index, rauszunehmen aus dem Index. Aber ich, also, und da war die Meldung, dass es halt für Shop-Seiten eben ganz intensiv ist, aber es ist auf jeden Fall, also Duplicate-Contents muss man vermeiden und ich würde jedes Mal, wenn ich auf einer Webseite, also auf einer gesamten Webseite, zweimal den gleichen Artikel habe, auf keinen Fall den zweimal indizieren. Weil ich mir mein Ranking ja kaputt mache, ich mache mir ja selber Konkurrenz. Kommen wir gleich noch dazu, ist auch noch eine Folie dazu da. Passt es noch dazu? Dann würde ich es gerne zurückstellen und würde gerne weitermachen. Ich habe jetzt im Moment keine Ahnung, wie wir in der Zeit sind. Gut. Das ist jetzt genau passend dazu, veröffentliche nur einmal. Wir haben ja das Thema Content und das gilt ja nicht nur für unsere Website, wir haben dann ja auch noch die anderen Plattformen, die dazugehören. Und das ist genau das Thema, wo ich mir unter Umständen selber Konkurrenz mache. Wenn ich meinen gleichen Inhalt nochmal auf Google+, auf Facebook, auf einem anderen Blog irgendwo veröffentliche, dann haben die alle genauso gut die Chance mitzurenken für meinen Beitrag, für meine Idee. Wenn ihr zu einem Thema fachlich kompetent seid und euch dazu auch ausbreiten möchtet, macht es immer mit einem eigenen frischen Artikel, wenn ihr andere Seiten betretet. Niemals einen Artikel mehrfach verwurschteln. Das passt dazu, wenn das jetzt auf der eigenen Seite ist. Nein, das andere war auf der eigenen Seite. Entschuldigung, da muss ich jetzt gerade veröffentlichen. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Auf mehreren Plattformen, behandle ein Thema. Nein, das ist was anderes. Das ist die Sache mit dem abgeschlossenen Thema. Wenn ich einen Fachartikel jetzt schreibe, zum Thema Keyword-Dichte, dann kann ich den Artikel auf meiner Plattform, auf meiner Website genau einmal machen. Und ich kann nicht einen zweiten Artikel zur Keyword-Dichte schreiben und die beide parallel auf der Seite lassen. Weil wenn ich das mache, habe ich dann das Problem, dass letztendlich Google mir dann irgendwann sagt, okay, welchen von deinen Artikeln findest du jetzt wichtig? Was möchtest du dann tatsächlich erreichen? Der muss also dann zu einem anderen Thema gehen. Und wenn ich einen Artikel überarbeite, dann ist das genau eine Überarbeitung, das heißt, der alte Artikel fällt weg. Und um das Ranking aufzufangen, vom alten Artikel gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Ich würde ihn wahrscheinlich tatsächlich überarbeiten und auch Stücke vom alten Artikel lassen. Ich würde auf keinen Fall die URL verlassen. Ja, und einfach auch, aber trotzdem sehr deutlich klar machen, das ist jetzt was Neues. Und dann den Crawler nochmal drüber schicken, dass der auch weiß, ist neu. Ja, das funktioniert doch gut, wenn man die alte Artikel, dann kommt man sich auch durch. Die sind relativ schnell im Index auch drin. Ja, und weil die ja auch schon lange existieren, hat man auch nicht mehr, gar keine Ahnung, ob man sich überbringt, wie das jetzt auch immer noch passiert. Zum Beispiel konsequentes Befüllen, das hilft. Wer seinen Blog, seine Website, sein Thema einfach immer bearbeitet, aktuell hält, immer wieder neue Themen einbringt, hat eine gute Chance, dass er auch relativ gut zu seinem Thema rankt. Was jetzt vor kurzem ich erst mitgekriegt habe, ist auch so eine News-Seite wie Spiegel etc. Da dauert es zum Teil nicht mal 20 Minuten, bis Google wieder crawlt und guckt, ob nicht eine neue Meldung da ist. Also die sind da wirklich hinterher. Ja, gilt für News und News ist was ganz, ganz Besonderes und ganz, ganz Spezielles im Bereich der Suchmaschine, aber wenn man regelmäßig befüllt, weiß Google auch, wie oft man befüllt und guckt so regelmäßig nach. Also, dass ein Bot länger als zwei Wochen braucht, ist eher selten. Eine Sache, die leider immer, immer wieder vernachlässigt wird, sind Bilder. Und ich spreche jetzt gar nicht von Bildgrößen. Das ist eine Performance-Geschichte, da ist Google auch sehr heikel, aber das ist heute nicht Thema. Bilder haben zwei, ein Meta-Tag, Alt-Tag und ein Namen. Genau, es ist ein Meta-Tag. Das Alt-Tag, bitte immer setzen, schreibt rein, worum es in dem Bild geht. Joost kann das, glaube ich? Ja, ne? Okay, ja, also das auf jeden Fall setzen und kurz, einfach nur kurz beschreiben, was auf dem Bild da ist. Letztendlich geht das zum einen für Barrierefreiheit, wenn man da Wert drauf legt und zum anderen ist es einfach auch, die Suchmaschine nimmt es dann mit in die Bildersuche auf und die Bildsuche in Google ist wahnsinnig mächtig geworden. Und den zweiten Fehler, den ganz viele machen, ist einfach, dass ein DSC083 sonst wie irgendwie Bild in den Bildern auftaucht. Das heißt, der Bildname, das, was tatsächlich auf dem Server liegt, hat einen ganz fürchterlichen Namen. Also, schreibt rein, was es ist. Es ist wichtig, weil sonst, Google kann das Bild abrastern, da sind sie leider auch schon sehr, sehr gut. Aber es ist einfach trotzdem der einfachste Weg. Schreibt einen vernünftigen Namen rein und schreibt kurz, was das Bild darstellen soll. Alles schön. Als Bild erst einmal wird es erkannt und es taucht dann aber unter Umständen auch, wenn der Text dazu passt, zu deinem Keyword auf. Das heißt, du hast ja oft in den Suchmaschinen Ergebnissen oder in den Ergebnissen der Suche so eine Leiste Bilder. Und die taucht genau dann auf, wenn Google das zuordnen kann zu einem bestimmten Inhalt. Achtet auf Überschriften. Tut mir den Gefallen. Es macht die Lesbarkeit wahnsinnig viel besser. Da wäre es noch durchaus gut zu wissen, ob ihr mehr Mobile Nutzer habt oder ob ihr mehr Desktop Nutzer habt, weil dann könnt ihr einfach klarer bestimmen, wie viel Absatz machbar ist auch, weil das sind schon unterschiedliche Lesarten auch. Aber ansonsten eine H1, genau eine H1 und nicht zwei, drei, vier. Eine H1 bitte. Unter bestimmten Voraussetzungen darf es auch mal mehr sein. Das ist aber was Technisches. Und die H2-Überschrift dürft ihr dann durchaus blockweise verwenden. Ist in der Regel abhängig vom Theme. Müsst ihr gucken, was das hergibt. Das ist genau der Punkt zu den H1-Überschriften. Wie gesagt, das ist der letzte Absatz. Ist in einigen Themes drin bei WordPress und ich finde es grausam. Es ist nämlich nicht richtig eingesetzt. Nicht immer. Das ist die Verlinkung der Seiten. Verlinkt Artikel untereinander. Das hatte der junge Mann da oben ganz gut gesagt. Wenn ich ein Thema habe oder wenn ich fünf Themen habe, wo ich weiß, ich habe jeweils nochmal sechs Unterthemen, bereitet das sauber vor. Verlinkt die Seiten untereinander. Auf eurer Seite. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr gebt dem Nutzer die Möglichkeit, zu einem Thema weiterführenden Content zu lesen. und Google möchte, dass der Nutzer möglichst zufrieden ist mit eurer Seite und dementsprechend, je länger er auf der Seite verweilt, je mehr er zu seinem Thema findet, je mehr könnt ihr miteinander interagieren mit dem Nutzer und Google ist glücklich. Hurra. Fragen. Ich bin auch noch eine Weile da. Gibt es noch mal so, dass ich ein Artikel gefunden habe? Wenn man sich natürlich jetzt an der Kompetenz orientiert und sagt, okay, es geht um das Thema Update, was weiß ich nicht, wie vor 3, also nicht irgendeine Weile ist, muss man bescheiden, dass ich den Content hinter oder extra, hinter, verstehe ich, extra, da kann man jetzt irgendwo fünfmal das Ratschleuchten und sagen, ich zähle ich Neuerungen von 2.3, oder das ist das Beispiel auch. Gibt es mehr Richtlinien, wo man sagen kann, ich habe 80% Übereinstimmungen nicht, dass wir gehen von vor, ja oder nein. Externer Duplicate Content, es geht um externen Duplicate Content. Also die erste Frage, gibt es ein Tool, um zu überfüllen, haben es Appliate Content, ja oder nein. Gebt die URL ein, du identifizierst es irgendwo oder analysiert und sagt dann lieber Jura, ja, sonst hast du das Appliate Content. Gibt es so? Oder kennt ihr das? Ich habe es nicht, im Moment. Ich meine Textus-Rostin bei plagium.com oder On-Page-Org. On-Page-Org findet es? Okay. Also das ist aber in einer kostenfreien Version auch? Ah ja, okay. Oder im Zuss der signifikanten Teil des Textes oder eine Headline, wo du das nicht hast, als es bei anderen Texten auch übernommen worden ist, man kann es auch sehen, ob es verschiedene Texten gibt. Also externer Duplicate Content ist ganz was Böses, also das ist auch fies, wenn es geklaut ist und wenn irgendjemand anders den Text mitdruckt. Richtig. Richtig, aber solange der Schreibstil ein anderer ist, solange der Wortlaut ein anderer ist, selbst wenn die Überschriften nahe dran sind, ist es kein Duplicate Content. Es ist dann Duplicate, eins zu eins Kopie ist Duplicate Content. Und ab welchem Inhalt soll die Duplicate Tech nennen? Ab welchem Inhalt? Moment, der Canonical Tech ist genau dafür da, wenn Duplicate Content auf der Seite erkannt oder beziehungsweise vorliegt. Das heißt, ich habe den gleichen Inhalt auf zwei verschiedenen URLs erreichbar und dann setze ich den. Eins zu eins ist okay, verstehe ich. Ich habe den Canonical Tech, ja, wenn dabei nur 80 Prozent sind. So was mache ich nicht. Ich setze keine 80 Prozent den gleichen Inhalt auf eine andere Seite. Wenn es nicht einfach geht. Geht immer. Nicht immer. Also wenn ich Produkte habe, die sich teilweise überwichtig in die Spitze... Dann nehme ich die Produkte aus dem Index. Okay. Also dann nimmst Du immer das oberste Produkt oder das... und die Variationen gehen raus. Du kannst pro Seite... Pro Seite kannst Du diese... den Crawler beeinflussen und kannst sagen, okay, das kann gelesen werden, das kann nicht... das wird in den Index aufgenommen und das wird nicht... Der Crawler hat eine Vorgehensweise. Der Crawler hat eine Vorgehensweise. Also wenn es eine Seite ist, dann kann ich das irgendwo vielleicht anweisen, aber wenn es nur ein Bestbeispiel zwei Stück groß sind, da habe ich nur keine Chance, dass wir die Produkte nicht mehr haben. Ja? Das muss... Das ist ja hier die JOS und dann hast Du bei JOS kannst Du die drei Eifens, weil das die Weltreiche ist. Und jedenfalls kannst Du da an jeder Seite, jeden Post, auch in der Stimulation und im Bild, kannst Du auch nur in der Zeit... Nachdem ich nur noch fünf Minuten oder weniger habe, würde ich jetzt gerne noch drei Fragen zulassen und dann Schluss machen. Eins, zwei, drei. Wo unterscheiden sich die Produkte dann? Ja, das wird die Farbe nur von gewissen Bestandteilen. Ich habe zum Beispiel Uhrenfehler und unterscheiden sich nur eine Kleinigkeit, sind aber technisch exakt identisch. Wenn ich dir das rausnehmen würde, würde ich über 50, 60 Prozent der Produkte direkt fallen. Also da fehlt mir dann auch die Hälfte des CERTIX. Müsste man sich im Einzelfall angucken, was da genau gleich ist und wie es genau gleich ist? Also 80 Prozent ist mir zu viel. Du hast genau dazu noch was. Genau, in der Gänzung und zwar, würde ich generell bei den Produkten schauen, dass ich eben über schematische Daten in Google auch tatsächlich beinahmen kann, dass es sich über die Produkte verwirren kann. Die Möglichkeit habe ich da. Ja. Dass ich mit schematischen Daten arbeiten kann und über die Webmaster Tools eben spezifizieren kann, dass das ein Produkt ist und das ist auch ein Produkt. Dann bin ich einen Schritt weiter, dann arbeite ich nicht mehr ausschließlich mit der Seite selber. Das stimmt, über die Webmaster Tools kann man da noch Einstellungen machen. Das stimmt. Ein One-Pager ist aufwendig vom Ranking zu machen, ist aber machbar. Ist einfach eine technische Anforderung. Ist nicht unbedingt schlimm. Drei. Was auch noch wichtig ist, ist halt den Text gut zu strukturieren, als du sagen willst, Teaser für den Überschriften. Aber da gibt es ja noch viel mehr, das kann doch Listen, kann da Wellen machen, um zu besser den Content oder deinen Inhalt aufbereitest, je besser du das strukturierst, kann da gut wie das besser aussehen, deine Besucher sind glücklich, auch bei den Reception, weil sie lesen können. Eigentlich brauchst du da Urlaub für dich selber, du hast noch mal eine klare Linie drin, habe ich alles, habe ich das schön abgefrüchtigt und nochmal ein Fazit, am Anfang ein T-Sox, um kurz die Leute abholen, das ist halt eine gute Sache und da sollte man halt so den Weg gehen. Gut, das lassen wir damit mal stehen, genau, wir sind wahrscheinlich nämlich ziemlich schon... Ich muss an der Grenze, aber das geht mal kurz, ein Struktural. Ich wollte es mal gucken. Ich würde sagen, man kann es vertiefen, entweder draußen später, gibt es jetzt noch mehrere Gelegenheiten oder heute abends die Party, dafür kann man ja auch vielleicht unterhalten, aber auch über andere Themen. Da trotzdem einfach ein Dank an der Republi und an das Publikum hier, und an das Publikum hier. Ja, cool. Und zwei grauen Dank.